Wenn es ums Geld geht, dann dürfen und wollen wir auch nichts falsch machen. Aber leider ist es so, dass viele Menschen, wenn sie mit ihrer Geldanlage anfangen, viele Fehler machen. Und zwar hängt es damit zusammen, wie sie konkret mit ihrer Geldanlage umgehen. Hat also was mit Denkweise zu tun. Heute entlarven wir in diesem Video mal sieben typische Anfängerfehler bei der Geldanlage. Und natürlich, wie ihr die vermeiden könnt. Ich bin Saidi von Finanzip. Viel Spaß dabei. Die beste Geldanlage nützt euch nichts, wenn ihr nicht ein gesundes Anlageverhalten habt. Um euch die typischen Fehler beim Anlageverhalten zu zeigen, stelle ich euch mal diese drei Freunde vor. Erstens Lars, der emotionale Anleger, der vor lauter Unsicherheit gleich ein paar Fehler auf einmal macht. Zweitens Robin, der renditeorientierte Trendsetter, der aber ebenfalls einigen Denkfehlern auf den Leim geht. Vielleicht kennt ihr euch schon ein bisschen aus und ahnt schon, welche Fehler Lars und Robin machen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, das kann mir nicht passieren. Aber dann wartet mal die dritte im Bunde ab. Nämlich Nadja, die Strategin, der trotz monatelanger Recherche und Vorbereitung trotzdem zwei typische Strategiefehler passieren. Zu den jeweiligen sieben Fehlern zeige ich euch natürlich die jeweilige Lösung. Und am Ende dieses Videos, da seid ihr einem gesunden Anlageverhalten ein gutes Schritt näher. Unsicher sind wir immer, wenn wir etwas Neues beginnen. Aber gerade diese Unsicherheit, die kann uns eben zum Verhängnis werden. Schauen wir uns mal Lars an. Lars ist Mitte 20 und möchte eben möglichst früh mit seiner Geldanlage anfangen. Aber er hat auch jede Menge Angst, etwas falsch zu machen. Und genau diese Unsicherheit, die wird ihm eben zum Verhängnis und deswegen macht er folgende drei Fehler. Anfängerfehler Nummer eins. Er übernimmt die Irrtümer seiner Eltern. Vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch schwer zu glauben. Aber ja, Eltern können irren. Gerade in Finanzangelegenheiten. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es eben keine praktische Finanzbildung in Deutschland an der Schule gibt. Was wir von Finanztip übrigens ändern möchten. Und außerdem wird typischerweise zu Hause viel zu wenig über Geld geredet. Und das führt dazu, dass wir bewusst oder auch unbewusst bei Finanzangelegenheiten das gleiche tun wie unsere Eltern und eben die gleichen Fehler machen. Dabei gibt es vor allen Dingen zwei Probleme. Eure Eltern werden in vielen Fällen leider auch auf Bankberater geirrt haben. Und andere, alles andere als unabhängige Verkäufer. Und wissen es deshalb eben nicht besser. Und zum zweiten war zu Zeiten eurer Eltern vieles anders. Die Zinsen waren viel höher. Und von ETFs und Finanz-Apps und sowas hatte man noch nie was gehört. Im Fall von Lars ist es so, dass seine Eltern allo dazumal Lebensversicherungen abgeschlossen haben. Und jetzt denkt Lars natürlich darüber nach, ob er das für seine Altersvorsorge nicht auch tun sollte. Schon mal der Tipp, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es kein guter Tipp in der Lebensversicherung. Denn Lars bekommt nicht die gleichen Konditionen, über die sich seine Eltern damals noch einigermaßen freuen konnten. Deshalb der Tipp, stellt die Glaubenssätze eurer Eltern, gerade was Geldanlage angeht, ruhig in Frage und habt den Mut, eigene Wege zu gehen. Und vielleicht noch wichtiger, bringt euren Kindern bei, dass es wichtig ist, sich selbst vernünftig und kritisch zu informieren. Anfängerfehler Nummer zwei. Lars vertraut vermeintlichen Experten, wie zum Beispiel seinem Bankberater oder sogenannten Crash-Propheten. Seine Denkfehler dabei, die kennen sich total gut aus. Die haben den totalen Überblick und müssen es besser wissen als er. Dabei sehen wir aber vor allen Dingen zwei große Probleme. Erstens sind die Finanzmärkte so groß und so komplex, dass eigentlich niemand den totalen Durchblick haben kann. Geschweige denn wirklich die Zukunft vorhersagen kann. Eindeutig. Egal übrigens, wie viele Bücher man schon geschrieben hat. Und zweitens ist kaum ein Berater wirklich unabhängig. Ein Bankberater, der vertritt natürlich vor allen Dingen die wirtschaftlichen Interessen seiner Bank und seiner selbst. Und diese Crash-Propheten, die die Weltuntergangsbücher und so weiter schreiben, die sind vor allen Dingen daran interessiert, ihre Bücher zu verkaufen. Ihre Vorhersagen, die sind oft sehr einseitig. Und wenn die nicht zutreffen, dann werden die schnell mal unter den Tisch gekehrt. Und die wenigen Vorhersagen, die mal zugetroffen haben, die werden dann groß aufgebauscht. Jetzt kann ich natürlich verstehen, dass nicht jeder von euch einfach so ins kalte Wasser springt, sondern sich erstmal Rat woanders sucht. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch eben unabhängigen Rat, unabhängige Informationen sucht. So wie Finanztipp und ich sie euch bieten. Wir helfen euch, die Sache selbst kompetent in die Hand zu nehmen. Weitere Hilfe, gerade bei der Geldanlage, bieten sogenannte Robo-Advisors, die euch quasi automatisch durch die Geldanlage lotsen. Wie das alles funktioniert, dazu guckt euch mal unser Video dazu an. Einen weiteren Fehler macht nicht nur Lars, sondern auf den, da müssen wir alle aufpassen, auch die erfahrenen Anleger unter uns. Lars lässt sich nämlich leicht von Emotionen beeinflussen. Emotionen, die in seinem Umfeld aufkommen oder auch durch die Medien transportiert werden. Und das, obwohl er das am Anfang seiner Geldanlage gar nicht unbedingt gedacht hätte. Dabei stellt sich dann immer wieder heraus, dass wir Menschen doch irgendwo Herdentiere sind, die sich nämlich von der Emotion der Herde leiten lassen und einfach mitrennen. Daher Fehler Nummer drei. Emotionen dominieren Finanzentscheidungen. Das hat viel mit eurem Risikoempfinden zu tun. Wie viel Risiko seid ihr bereit einzugehen? Wie viel Verlust haltet ihr im Zweifelsfall aus? Denn es ist ja so, wenn die Kurse steigen, wenn es gut läuft, dann freuen wir uns. Aber wenn es runtergeht in der Krise, da werden wir nervös und vielleicht verkaufen wir dann überstürzt, um eben noch höhere Verluste zu vermeiden. Seht es mal so. Hier oben auf dem Peak der Kurve, da ist bei euch die Euphorie am größten. Da seid ihr am optimistischsten. Aber eigentlich ist da auch das Risiko am größten. Dagegen hier unten im Tal, da seid ihr am nervösesten, habt die meiste Angst. Aber da bestehen eigentlich die größten Chancen und das geringste Risiko. Und deshalb würdet ihr euch eigentlich einen Gefallen tun, wenn ihr gerade hier unten einsteigen würdet. Und keinen Gefallen, wenn ihr stattdessen hier in Panik geratet, verkauft und dann später irgendwo weiter oben auf der Kurve, am besten auf dem Peak, wieder einsteigt. Katastrophe. Weil es aber in der Wirklichkeit total schwer zu wissen ist, ob man jetzt gerade total im Tal ist oder oben auf dem Peak, lautet unser Tipp, legt einfach langfristig in ETFs an und guckt nicht so oft auf diese Entwicklung. Denn das macht euch nur nervös und verleitet euch zu schlechten Entscheidungen. Es reicht völlig, wenn ihr einmal im Jahr euch mit eurer Geldanlage beschäftigt und alles auf den Prüfstand stellt. Unser zweiter Anleger, Robin, der ist da schon wesentlich sicherer. Um nicht zu sagen übermütig. Robin ist Anfang 30 und hat große Pläne für seine Geldanlage. Und deswegen macht der nächsten Anfänger Fehler. Er wird eben übermütig und möchte einen Schnellstart hinlegen. Und deswegen setzt er auf neue und exotische Modeerscheinungen am Markt, um damit eben schnell viel Geld zu machen. Das könnten zum Beispiel so Sachen sein wie Kryptowährungen oder CFDs, Contracts for Difference. Versteht mich nicht falsch. Es spricht nichts dagegen, auch als Einsteiger, sich solche exotischen Geschichten mal anzuschauen. Aber es ist wahrscheinlich besser, gerade als Einsteiger, das erstmal eine Weile zu beobachten. Entwickelt sich das gut oder schlecht? Wo ist denn eigentlich der Haken dabei? Läuft das besser oder schlechter als herkömmliche Anlagen, wie zum Beispiel ETFs? Deshalb natürlich der Tipp, schießt nicht übers Ziel hinaus. Ihr müsst immer verstehen, was ihr da kauft. Und deshalb prüft das Ding gut. Wie hoch sind zum Beispiel die Kosten? Passt das Ganze zu eurem Risikoempfinden? Und noch wichtiger, zu eurer Anlagestrategie. Stichwort Strategie. Das bringt uns zum nächsten Anfängerfehler von Robin. Er hat nämlich keinen langfristigen Plan. Klar, er ist selbstsichtiger und auch ein wenig risikobereiter als Lars. Aber ohne eine langfristige Strategie bringt ihm das alles nichts. Er sucht nämlich immer die ganze Zeit rum. Verbissen auf der Suche nach einer noch besseren Geldanlage. Das heißt, er probiert auch mit kleineren Beträgen mal das aus, mal das aus. Und während eben verbissen die ganze Zeit weitersucht, liegt ein nicht unbeträchtlicher Teil seines Geldes schlecht unverzinst irgendwo rum. So ein ständiges Hin und Her, das ist einfach ungesund. Nicht nur für euren Mindset, sondern für eure Geldanlage selbst. Das Ganze kostet einfach nur Zeit, Geld und Nerven. Entweder ist es so, dass die dauernde Suche nach einer immer besseren Geldanlage, nach der perfekten Geldanlage, Robin uns verleitet eben doch einen großen Teil seines Geldes schlecht rumliegen zu lassen. Oder aber er springt tatsächlich komplett dauernd hin und her. Das heißt, immer wieder auf einen anderen Zug auf. Jetzt wartet ihr wahrscheinlich schon auf den Satz. Hin und her, macht Taschen leer. Warum es die perfekte Geldanlage gar nicht geben kann, zeige ich euch mal am berühmten sogenannten magischen Dreieck der Geldanlage. Das bedeutet erstens Liquidität, dass ihr also jederzeit ran könnt ans Geld, egal wann. Zweitens maximale Sicherheit, dass es also praktisch keine Schwankungen in euren Geldanlagen gibt, kein Verlustrisiko. Und gleichzeitig drittens natürlich maximale Rendite, dass möglichst viel dabei rauskommt. Das magische Dreieck zeigt, dass es diesen 3 in 1 Stil nicht geben kann. Wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, mir ist die Rendite am wichtigsten, dann könntet ihr zum Beispiel auf Einzelaktien setzen. Das können zum Beispiel wachstumsstarke Tech-Aktien sein, mit richtig viel Potenzial. Dann landet ihr ziemlich stark in der Ecke der Rendite und damit ziemlich weit weg von der Ecke der Sicherheit. Das heißt, ihr geht natürlich ein deutlich höheres Risiko ein. Wenn ihr jetzt dagegen sagt, mir ist Rendite nicht so wichtig, ich möchte lieber mehr Sicherheit und im Notfall auch mal schnell ran können an mein Geld, dann wandert ihr eher auf die Linie hier zwischen Liquidität und Sicherheit. Das wäre dann sowas wie Tagesgeld, wo ihr natürlich das Problem habt, dass das nicht viel Zinsen bringt und auch unter der Inflation leidet. Das heißt, man sieht, alles auf einmal geht einfach nicht. Deswegen eben der Tipp für Robin, einen langfristigen Plan, eine langfristige Strategie machen und dabei bleiben. Und nur alle paar Jahre diese Strategie mal in Bezug auf eure Ziele, die ihr im Leben habt und auf eure Lebenssituation überprüfen. Denn heute könnt ihr wahrscheinlich noch nicht vorhersagen, ob ihr nicht in Zukunft mal mehr oder auch weniger Risiko eingehen wollt. Drei Fragen können euch auf dem Weg zu eurer richtigen Strategie helfen. Erstens, was ist eigentlich euer Ziel? In Bezug zum Beispiel auf eure Altersvorsorge, auf einen Hauskauf oder sonst irgendwas anderes. Zweitens, bis wann wollt ihr dieses Ziel erreicht haben? In 15 Jahren, in 20, in 30 Jahren, Altersvorsorge und so weiter. Und drittens, wie viel Risiko seid ihr eben bereit einzugehen? Und das bedeutet vor allen Dingen, wie viel Verlust könnt ihr aushalten. In absoluten Euro. Dann könnt ihr euch dazu eine passende Geldanlage raussuchen. Wie ihr das am besten macht, vor allen Dingen die Einschätzung, wie viel Verlust ihr aushaltet, dazu schaut euch mal unser Video dazu an. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Fehler wie Lars oder Robin schon mal gemacht. Aber vielleicht seid ihr auch eher wie unsere Nadja. Die ist angehende Journalistin und lässt sich deshalb von dem ganzen Fachgenrein in Wirtschaftszeitungen, in Fachbüchern und in Internetforen und so weiter nicht abschrecken. Die recherchiert monatelang. Intensiv. Da kann doch eigentlich nichts passieren, oder? Nadja hat folgendes begriffen. Erstens, dass sie sich mit eben dieser ganzen Recherche auch ohne Berater eine eigene Geldanlage zurechtlegen kann und eine eigene Strategie. Zweitens, dass sie unbedingt auf Kosten und Gebühren achten muss. Drittens, dass eine langfristige Anlage in Aktien wichtig ist und dass eben Fonds besser sind für die meisten Privatanleger als Einzeltitel. Und drittens, dass wiederum ETFs eben niedrigere Gebühren und deshalb in aller Regel besser sind als aktiv gemanagte Fonds. Seid ihr auch mehr oder weniger an dem gleichen Punkt wie Nadja angekommen, dann nehmt euch vor Anfängerfehler Nummer sechs in acht. Nämlich zu wenig Streuung, zu wenig Diversifikation, wie man in der Fachsprache sagt. Das heißt, es könnte euch passieren, dass ihr irgendwo in eurer Anlage eine bestimmte Anlageklasse, Aktien oder sichere Anlagen wie Tagesgeld usw. zu viel drin habt. Und vor allen Dingen aber auch bestimmte Branchen oder bestimmte Regionen, also Länder, überbetont. Zum Beispiel könnte es sein, dass in euren ETFs oder sowas, wenn ihr bestimmte raussucht, zu viel Automobilbranche zum Beispiel drin ist. Und dann würdet ihr unter einer Krise der Automobilbranche überstark leiden. In Nadjas Fall ist es so, dass obwohl sie weiß, dass sie breit gestreut anliegen soll, sich doch davor scheut, in irgendwelche unbekannten Märkte zu investieren, die sie aus ihrer Sicht nicht so richtig durchblickt. Und deswegen landet sie am Ende dann doch wieder beim heimischen DAX. Und das, obwohl der eben nur 30 Aktien umfasst und bekanntermaßen höhere Schwankungen hat, also verlustanfälliger ist. Aber die Titel, die Sagen halten hat ja irgendwas und da hat sie auch einiges darüber gelesen. Und deshalb entschließt sie sich am Ende doch wieder für ein ETF auf den DAX. Also der Tipp, streut euer Risiko. Und zwar vor allen Dingen erstmal über verschiedene Anlageklassen, am besten nach der Keep-it-Simple-Methode von Finanztip. Das heißt Aktien-ETFs, Tagesgeld, Festgeld. Sucht da die richtige Aufteilung für euch. Und dann eben beim Aktienanteil streuen über möglichst viele Regionen und Branchen. Und das macht ihr am Essen natürlich über einen weltweiten ETF, der eben breit gestreut ist und nicht so sehr auf einzelne Regionen oder Länder setzt. Und dabei scheut euch auch nicht, in Märkte dabei mitzuinvestieren, die ihr nicht kennt. Denn im heimischen Markt, den ihr vielleicht kennt, muss das Geld überhaupt nicht gut angelegt sein. Anfängerfehler Nummer 7, den Nadja nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer intensiven Vorbereitung macht. Sie orientiert sich zu sehr an Renditen der Vergangenheit, an der Entwicklung der Vergangenheit, um die Zukunft vorherzusagen. Das heißt, sie recherchiert dauernd Fonds und vergleicht die Entwicklungen der letzten Jahre. Und übersieht dabei, dass es keineswegs gesagt ist, dass ein ETF oder Fonds, der die letzten Jahre gut gelaufen ist, auch das in Zukunft wieder machen wird. Deswegen natürlich der Tipp, schaut nicht so viel auf die Vergangenheit. Eine gute Risikodiversifikation, wie wir sie vorhin angesprochen haben, ist viel wichtiger. Eine gute Performance in der Vergangenheit schließt weder eine schlechte Performance in der Zukunft aus, noch garantiert sie eben für eine weiterhin gute Performance in der Zukunft. Nochmal kurz zusammengefasst. Erstens, hinterfragt die Glaubenssätze eurer Eltern und seid mutig, eure eigenen Wege zu gehen. Zweitens, vertraut nicht blind irgendwelchen Bankberatern oder sogar Crash-Propheten. Ihr könnt eure Geldanlage selbst in die Hand nehmen. Drittens, bleibt immer cool und lasst euch nicht von euren Emotionen bei Finanzentscheidungen beeinflussen, besonders nicht in Krisenzeiten. Viertens, lauft nicht irgendwelchen Modeprodukten oder Trends hinterher, ohne sie wirklich richtig zu verstehen. Fünftens, wartet nicht auf die perfekte Geldanlage, sondern legt eine langfristige Strategie fest und bleibt dabei. Sechstens, streut euer Geld breit und legt es nicht zu einseitig an, vor allen Dingen nicht aus Scheu vor fremden Märkten. Und siebtens, versucht nicht aus der Vergangenheit die Zukunft vorherzusagen. Eure Strategie und eure Risikostreuung sind viel wichtiger. Zugegeben, es ist nicht so leicht, all diese Fehler am Anfang zu vermeiden. Aber wir helfen euch mit vielen praktischen Tipps und Hinweisen. Guckt euch auf unserem YouTube-Kanal um und abonniert unseren Newsletter. Was mich noch interessieren würde? Wer von euch hat denn so einen Fehler schon mal gemacht? Und was war die Lösung für ihn vor allen Dingen? Dann schreibt uns doch mal unten in die YouTube-Kommentare. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.